Zwei Freunde gehen auf einen Weg. Sie treffen auf einen Fremden und gehen mit ihm ein Stück. Und erst später merken sie, dass sie diesen Fremden eigentlich schon kannten. Warum? Haben Menschen gefragt, als sie sahen, dass Gottes Sohn verstarb. Das Kreuz stand hoch vor ihnen da. Sie hatten gehofft, dass er gekommen sei, das Land zu retten und sie anzufüllen. Sie lieben sie allein zurück, voll Angst und Leid und voller Lügen. Dann kam die Stunde, kam der Tag. Sie standen fassungslos vor seinem Grab. Der Stein war fort, es schien ein helles Licht. Der Engel sprach, fürchtet euch nicht. Sie wusste noch nicht, was geschehen war, ging in den Haus, um ein Land zu sein. Ein Fremder kam auf ihrem Weg. Sie erzählte nie, wie bedrückt sie war. Der Tag, der Tag, der Tag hatte sich sein Ende geneigt. Sie luden ihn als Gast nur daheim. Sie drängten ihn, bleib doch bei uns. Die Nacht kommt auf, der Tag, 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 der Tag hat. Dann kam die Stunde, kam der Tag Er nahm das Boot und als er ihnen gab Sagen sie, dass er lebt, es wurde ihnen klar Wie wundervoll es doch geschah Die Augen hingen ihnen auf Ihr Herz entbrannte wieder neu Voll Freude liefen sie zurück Erzählten alle von dem Glück Dann kam die Stunde, kam der Tag Er trat in ihre Mitte und er sprach Der Friede sei mit euch Fürchtet euch doch nicht In dunkler Welt bringt ich euch Licht Dann kam die Stunde, kam der Tag Er trat in ihre Mitte und er sprach Der Friede sei mit euch Fürchtet euch doch nicht In dunkler Welt bringt ich euch Licht In dunkler Welt bringt ich euch Licht In dunkler Welt bringt ich euch Licht Einen schönen Sonntag und bleibt gesund Und Jetzt Vielen Dank.